Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein in New Order. Jo, ich habe jetzt mal den Part hier übersprungen, habe die zwei gleich niedergedolcht, die zwei habt kein Spielkämpft, aber eben da warst du schon. Und weil ich mir gedacht habe, nicht, dass ich schon wieder einen Fail hinlege und euch wieder damit langweilt, dass ich wieder von vorne anfange und diesmal schieße ich das nicht auf, weil hier steht ja auch Achtung Gas, Gott schmeiß hin vom Himmel, ich hätte eigentlich gleich hängen müssen. Ah, da gibt es ja schon was zum Absterben, siehst du das, das habe ich auch nicht gewusst. So, schön Rüssi. Eine Laserkraftwerk, verbesserte Zielsuche. Aha, was kann denn das gute Stück? Das Laserkraftwerk wird mit einem Zielsuche verbessert, der es ermöglicht, mehrere Geräte, die gleichzeitig zu verfolgen, zu erfassen und auf sie zu fahren. Der Einsatz ist zähl in der Höhenbatterie, aber auch. Drücken Sie Maus an, ah, ja, passt. Aha, großer Scheiß, das würde ich mir sagen. Aber wir gehen ja dabei auf das Scharfschätzengewälde, weil das ist nicht schlecht, das ist wohl Bums, das macht ein Radau, du weißt es schon, gell? So, die Gas-Ding hätte ich eigentlich um den Kommandante, weil die Seite zu schaffen nutzen können, fällt mir jetzt gerade einmal sei. Aber wir haben es ja auch so geschafft, so geschafft, auf gut bayerisch. So, wir laden das schöne Dingchen hier nochmal auf. Fuller Saft. Und da schnibbeln wir uns jetzt ein paar Ecklade raus und bringt uns nichts. Weil wir sind schon full. Schauen wir noch weiter. Da flogt noch was, was wir sowieso nicht mitnehmen können. Gut. Dann bannen wir uns in den weiteren Weg. Scharfschutzgewehr. Haben wir Hand. Okay, da kanns Balkon rum, die Kisten können wir auch nicht aufschneiden. Dann müssen wir wieder. Hoppala. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Ah, da geht's gar nicht lang. Da geht's gar nicht weiter. Genau, mach einfach auf. Dann holzt es. Ja, genau. Genau. 18 Meter, 21 Meter, die kommen aber nicht näher, oder? Es gibt einen Wartungstunnel, der die Mannschaftsquartiere mit den Laboren verbindet. Wir müssen raus, wie du dort hineinkommst, Julian. Oh, was ist das? Scheiße. Geht's? Schick' uns auf! Ja, das ist los. Ja, das ist los. Ja, das ist los. Wow, ja, super. Jetzt schon weg? Mach du groß. Wut ist drauf für die Energie. Achtung, vergraben! So! Grutze, fix, halleluja. Hab ich ja wieder gut gemacht. Aufladen! Mit der Kasperl-Kopf, der war zu übernommen. Und da haben wir noch mehr Zeigel zum... Ah, ja. So, der ist auch weg vom Fenster. So. Cutter mein Sack, cutter mein Sack. Ah, das sind die Schächte. Jetzt sammeln wir erstmal ein. Nehmen wir mit, was wir grillen können, oder? Genau, da kann ich dann in irgendeinen Schacht reingehen. Jetzt tun wir erstmal, was es zum holen gibt. Messer sind mal viel. So, können wir wieder aufladen. Das ist frisch schon viel safter. Ohohohoho. Gänge die Türen auf? Na. Da auch nicht. Frisch und belebend. Wartungsschacht. Die Tür geht auch nicht auf. Schnell laufen tut der mit dem Ding auch nicht. Gut. Wir schauen jetzt nochmal dahinter. Da ist unser Ziel. Da sind wir voll. Okay. Dann kriegst du mal da eine. Ah, das Scharfschutzgewehr ist nicht mehr enthand. Und dann geht's da runter. Okay. Okay. Ah, ich tue mir deine Blendergebirche da. Wo hängst du? Die interessieren mich jetzt auf den Mondern Scheißtreten. So. Granaten. Gut. Wir sind nicht immer schlecht. Gerade für so einen Dicken. So. 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 Da unten Kasperl ohne rum. Da ist keiner. Da ist keiner. So. So. Und schon ist wieder ruhig. So. Und schon ist wieder ruhig. Oder nicht. Wo ist unser... Ah, da hinten. So. 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 Können wir eigentlich den hier an den Helden abschlagen? Nein. Den geben sie nicht her. Ei gut. Fragmente. So. Dann schauen wir mal. Was ist denn das schon wieder für eine Perversion da? Limit erreicht. Okay. Das ist ein Zahnstocher. Da. Zahnstocher. Ist halt ein Rissi allerweil gut. Halt. 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 Medipack. Ich meine, ich brauche sie jetzt zwar nicht. Aber ich nehme sie mit. So. Und weiter geht's. Da sind wieder Kommandantes unterwegs. Irgendwo. Wie sollte ich als erstes ausfindig machen? Scheiße. Wie kann den da oben sein? Wo ist denn jetzt der Kasperrkopf? Da. Wo ist denn der? Wo sind denn die Krippen? Ach, da oben sind sie irgendwo. Ja, ja, du mir auch Terrorist. So. Okay, also da kann ich hinaufgehen. Das laden wir selber mal auf, weil das Ding ist am Fotzen leer. Und ist schon wieder leer. Warum halten wir jetzt nicht? Ich brauche jetzt endlich den Kommandanten da. Da, wo ist der nächste Kasperlkopf? Scheiße, jetzt nimmer lang rum mit euch, hey. Zeit für so einen Krampf. Wo ist denn da noch so eine Kommandante da? Einer ist doch da noch. 25 Meter. Wo steckt sie denn die Dreckser? Weiß nicht. Es gibt noch einen weiteren Warten. Du Sauhund. Ich habe Labore mit der Luftschleuse verbindet. Suche ihn. So, Rüssi. Warte, aber bevor ich gehe. Aufwarten! Halt. Warte, wir schauen noch mal schnell hinaus. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Wir haben Medipacks ausgeschlossen. Das ist Mager, aber das ist Mager. Und drinnen ist Scheißdreck. Rüstung, die ich nicht brauche, weil ich es schon habe. So, nicht aufschießen und durchrennen. Dann, die sind alle zu, die Wartungstore. Hau rein! Halt, da geht's runter. Und da wollen wir runter, runter, runter. So, da sind wir relativ voll eigentlich. Da haben wir, glaube ich, auch nichts vergessen. So, die können wir nicht, weil wir eh schon überladen sind. What? Da können wir ja. Eigentlich weitergehen. War doch gar nicht so schwer. Ja, der unterbricht das Laffer immer wieder. Na, das haben wir voll. So, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Break und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Medasus. See you, bye.